so hier haben wir den eingangsbereich von der halle auto davor gestellt jetzt so sieht das aus großes rolltor dann noch im innen tor und diese linke rechte flügel ist das zu vermieden steht noch ein schreibtisch drin der wird natürlich selbstverständlich herausgeräumt das ist der durchgang zum büro so hier haben wir die küche büro-räume großes büro eingangsbereich vorne